Das hier zur Miete angebotene ca. 101 Quadratmeter Büro befindet sich in Dortmund Innenstadt. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 11,80 Euro pro Quadratmeter. Die Nebenkosten belaufen sich auf einen Quadratmeterpreis von monatlich 2,80 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020